Herzlich Willkommen zu Eldenring. Heute geht es um Azurs Komet. Feuert einen gewaltigen Kometen, der ein wenig an die Supernova erinnert, aus der angeblich alle Schimmersteine stammen. Halten, um die Macht der Zauberei kontinuierlich zu entfesseln. Ja, und das schauen wir uns jetzt mal an. Oh, ich kann von hier aus schon mal den jungen Mann da ums Leben bringen. Können hier ganze Völker ausrotten. Nee, der. Ah. Und selbst den da. Allerdings ist der Verbrauch enorm. So, das sollte mal als Demonstration ausreichend sein. Das Ding ist nur wirklich gut. Tja, setze ich mich mal kurz nochmal hin. So, es geht nämlich darum, dass das, was ich trage, ähm, ich zeig's mal, Ausrüstung ist Azurs Schimmersteinkrone, dann Schimmersteinrobe, Azurs Manschetten und Beinwickel des alten Zauberers. Genau die Teile erhöhen, nämlich die ganze Zauberkraft. Das ist das, was noch dazu kommt. Dann habe ich hier erhöht die maximalen FP erheblich, ja. Und verstärkt Wirkung von Zaubereien deutlich. Also mit dem Ding seid ihr schon fast unbesiegbar. Okay. Und wo gibt's das Ganze? Das zeige ich gleich. Ja, ich befinde mich genau hier an dem Punkt, Urzauberer Azur, äh, ja. Und hier sitzt dann der Herr, dessen Kleidung ich trage, ne. Preise töten, na ja, wegen meiner A-Lehrer, ja. Freund, oh Freund. Und der gibt euch dann diesen Zauber, Azurs Komet. So, soweit das. Ja, wie bekommt ihr die Rüstung? Das ist am Ende der Questreihe von Zauberen Zellen, in der Nähe des Ortes der Gnade bei Urzauberer Azur. Das heißt also hier, ihr müsst hier einfach nochmal her. Ja, ähm, wenn ihr die Questreihe von Zellen beendet habt, dann sollte die hier so einfach mal eben rumliegen. Äh, ja, ich hoffe es mal, dass das auch so stimmt, weil ich hab's ja schon und das ist schon ein bisschen was her. Ja, so, und die Beinwickel des alten Zauberers, die bekommt ihr an einem ganz anderen Ort. Und den zeige ich dann auch noch. Ja, ich befinde mich jetzt hier in Zellgers Versteck und werde euch mal zeigen, wo es lang geht. Um die Beinwickel oder das, was ich jetzt hier alles trage, auch noch zu bekommen. Hier sind Wände, die ihr zusammenschlagen könnt, wie diesen Typen hier. Moment, so. Ja, ihr wisst schon, was ich meine, ne? So, dann hier wieder durch. So, dann vorsichtig hier. Hier ist nämlich noch jemand versteckt. So. Dann hier lang. Müssen wir nochmal gucken, das war jetzt... Naja, da fängt es schon an rumzuballern. Wollen wir mal gucken. Ob wir den nicht von hier aus schon mal... Ne, kriegen wir nicht. Das ist doof. So nicht, mein Freund. Oh. Natürlich auch nicht schlecht. Ja. Den hauen wir auch noch um. Eigentlich wollte ich hier gar nicht runterfallen. Es gibt noch eine andere Möglichkeit. So. Und was steht hier? Ah, Meister. Ja, und hier liegt die Rüstung, die ich jetzt gerade anhabe. Und die Beinwickel sind für beide Rüstungen gedacht. Alles klar. Und das sollte es jetzt erstmal gewesen sein. Und ich sage herzlichen Dank. Dank. Vielen Dank.